Mach dich bereit! Direkt vor uns ist eins. Aber wirklich direkt, direkt vor uns. Naja. Das Pferd hab ich nicht gesehen. Achtung, Zombie da drüben. Einer. Ah ja, da ist okay. Ja, ein Essen da. Und Geräusche. Da oben drauf. Was ist das? Ein Monster. Ja, da oben drauf müssen wir hin. Ja, top. Kriegt ihr mit dem Messer down? Wahrscheinlich nicht, ne? Ah, warte mal, ich hab ne Idee. Oh, das ist glaube ich... Da lag zufällig ne Laterne. Hä? Da lag zufällig ne Laterne. Ah, schmeiß nur hin. Achso. Ich die vorne ausbombe. Weil ich's einfach kann. Das war sehr schlau, danke für die Unterstützung. Ich dachte kurz... Du wolltest ja endlich mal sinnvoll benutzen. Ganz kurz dachte ich mir, oh fucking Mollo. Ich bin ja schnell runtergerannt. Okay. Nächstes Ziel, da vorne. Guck mal, wie professionell wir schon sind. Einer von uns, ja. Also, dass wir uns nicht vertrauen gegen... Ja, beide. Nicht direkt unter Panik weggerannt. Aber trotzdem ein bisschen Vorsicht walten lassen, gell? Schießt nämlich. Links von uns. Jetzt jemand schießt wütig. Warst du dafür verantwortlich? Ich bin mir nicht sicher, weil ich den nicht gesehen hab. Aber ich fürchte dann ja, weil ich keine Schritte höre. Okay. 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 Es läuft doch alles noch ziemlich gut. Findest du? Ja. Ja. Ich bin wahrscheinlich gleich wieder der Boss verbannt. Wenn es nicht sogar schlauer wäre, einfach zu rennen, ne? Alter. Ich glaube aber, das mit dem Rennen macht wahrscheinlich jeder. Und deshalb verrecken auch die meisten, weil das einfach too much ist. Das Ding ist halt, äh, Rennen hörst du nur, wenn du nebendran bist. Das heißt, wenn wir eh schon in Nähe vom Gegner sind, dann wird er uns hören. Nur mit dem Unterschied, wenn uns einer von der Ferne schon entdeckt hat und wir schleichen, da ist es halt super easy, gemütlich auf den Kopf zu ziehen, ne? Ja, das stimmt schon, aber... Da vorne. Hier ist jetzt niemand. Ich bin schon komplett angespannt und halt so alles im Auge, plötzlich höre ich... Boah, die Nacht gefällt mir nicht, Alter. Ich habe eh schon ein Problem, irgendwas zu sehen. Hier ist es ja schrecklich, siehst ja gar nichts mehr. Achtung. Auf 11 Uhr ungefähr. Das erste Team hat sich gehört. Oder die kämpfen schon gegen den Boss, kann natürlich auch sein. Äh, Hunde rechts. Soll wir da vorne in die Hütte rein? In die kleine? Ich weiß zwar nicht, ob die safe ist, wir können es aber versuchen, weil die... Also... Achtung. Oh je. Ah ne, wir haben uns nicht gehört, wir haben uns nicht gehört, alles gut. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ich hole den Hinweis. So. Ich würde hier gern kurz spähen. Mhm. Und es ist ein fettes Monster. Hinter uns sind die Hunde. Wollen wir vielleicht da oben in den Schuppen rein? Ich glaube, das sind wir ein bisschen... Können wir. Okay. Okay. Komischerweise kommen die Schüsse aber von da, wo kein Monster eingezeichnet ist, ne? Dann battlen die sich grad gegenseitig. So. Neben uns. Hä? Ja, okay. Wollen wir hin? Achtung. Ich dachte, ich habe da unten einen Spieler gehört. Aber ich glaube doch nicht. Äh, ja, gehen wir hin, ne? Achtung, hier ist eine Bärenfalle. Gibt's? Ich habe gut, ob da jemand ist vielleicht zufällig. Ähm. Bei dem Spiel, hörst du das auch? Mhm. Ach du kacke, ist da unten viel los. Ja, dann umgehen wir das auf jeden Fall. Oh nein! Verkackt. Okay, außenrum. Oh, außenrum ist ein großer Dicker. Ja. Ja, das macht nix. Bin mal kurz laut. Alter! Mich auch. Hast du gehustet? Nein. Oh je. Äh. Zombies husten auch, ne? Ähm. Oh je. Alter, was war das? Ich habe noch eine Bombing geworfen gleichzeitig. Ah, weil ich bin halbtot. Hä? Du warst doch gar nicht mehr im... Habe ich dich noch getroffen? Jupp. Oh Gott, es ist alles auf uns aufmerksam geworden. Ja, dann renne mal erstmal kurz. Halt dich vielleicht unterwegs? Äh, schaffe ich das? Tududu. Hat es jetzt was gebracht? Weiß ich nicht. Okay, let's go. Wir müssen spielen. Die selbe Situation wie das letzte Mal, glaube ich. Weil die sind direkt neben dem Ausgang. Sollen wir zum Ausgang campen? Wir können es versuchen. Ich habe halt keine Ahnung, wie viel Heilung ich jetzt bekommen habe. Und irgendwie sieht man das ja auch so schlecht. Eigentlich sollte das vollfüllen. Achtung, Krähen rechts. Stop. Er hat es aufgesammelt. Wo ist er denn überhaupt? Der Ausgang ist vor uns und die müssen rechts sein. Hat es jetzt einer oder zwei aufgesammelt? Einer. Okay. Wird geballert. Oh. Haben es jetzt zwei oder? Also, ich glaube der eine ist tot. Oh Gott. Oder jetzt hat es der zweite Spieler aufgenommen. Kann natürlich auch sein, aber... ich glaube die kommen auf uns zu, ne? Ja. Und denk dran, die haben Schattensicht, die sehen uns. Ja, was jetzt? Aufpassen. Super. Oder laufen die weg? Die laufen weg. Oder? Ich bin mir nicht. Nein, die kommen her. Die halten einfach nichts. Wo bist denn du eigentlich? Ich bin noch am Tower. Die sind gleich da. Da ist einer gestorben. Woher weißt du das? Weil ich einen Schrei gehört habe. Also wäre da Damage kassiert oder ist einer gestorben? Da bekämpfen sich gerade zwei Teams. Was? Wir müssten diesen Zumbo hier loswerden. Welchen? Der brennende. Oh ne, der explodiert, wenn wir den treffen. Wir haben keine Nahkampfwaffen. Die sind immer noch gleich da. Ja, werden auch gleich kommen. Äh, wir gehen weiter, oder? Ja. Ich weiß nicht, ob das schlau ist. Das wäre eigentlich ein cooler Punkt gewesen. Aber hopp, hinter uns ist ein Zumbo. Hier ist eine Hütte. Gehen wir da rein. Das Ding ist, wir waren halt jetzt saulang an einer Stelle. Und ich denke, die werden uns bestimmt gesehen haben. Durch ihre Sicht. Kann sein. Wer rennt da? Es war zu laut. Alter, wie schnell waren die bitte? Explosionen? Oh. Ich dachte gerade, es wären Spieler. Sind die immer noch da? Das laufen die weg. Ich bin mir nicht sicher. Die müssen ganz in der Nähe sein. Die müssen ganz in der Nähe sein. Meinst du? Ja. Also wir sind jetzt gerade an einem Ausgang. Was ist eigentlich, wenn beide Spieler tot sind, die gefightet haben? Was ist mit der Trophäe? Liegt die dann rum? Ja. Oh, die Blitze wären echt mal mehr. Oh, ja. Direkt vor uns. Hast du es gesehen? Nein. Ich habe es nur gehört. Das war direkt hier am Weg. Ich würde aufpassen. Übel die fette Explosion gewesen. Pfff. Oh, yeah. Wir kommen in jeden Moment. Oh, was tun wir? Ja, weiß ich nicht. Soll ich mal einfach? Ich bin am Boden. What the fuck? Aber ich bin tot. 20 Meter. Ich habe auch einen. Ja, ist noch einen. Ich höre nichts mehr außer mich selber. Oh fuck. Ach, oh Gott. Ah, shit. Tot. Ja, der hat eine Schrotze gehabt. Ah, miese Prise. Aber jetzt gab es ein bisschen XP. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.